So Freunde, wir müssen uns nochmal unseren Bruder stellen, in der Hoffnung, dass wir es schaffen. Ich bin da nicht so guter Dinge, weil uns echt eine Menge fehlt an Kraft. Unser Bruder ist so mächtig stark, aber wir versuchen es mal. Let me have a look at you. Oren, this is pointless. We both know how this is going to end. It's time for your madness to end, brother. I was never just your brother. I am your God. You're no one, Macros. You would dare to raise your weapon against a God. Heftiger Typ. I cannot be stopped. Okay, jetzt kommt es jetzt hier. Okay. You are hopeless. I cannot be stopped. Da muss man aufpassen, ey. Und shit hier, ey. Gibt's ja gar nicht. Nur aufpassen hier. Schönen Ausbau, ich nehmach. Ah, das ist eine ganz harte Nummer hier. So Freunde, jetzt müssen wir das nochmal packen. Ich hoffe, dass er nicht die volle Energie da hat. Ah, okay. Alter, das ist ja heftig, ey. Man, man, man. Ah, aufpassen, ey. Wenn er uns trifft, ey, dann war's das. Ah. Ah, wir haben ihn. Alter, was für ein Kampf, ey. Ist die Frage, tötet er ihn oder nicht? Das ist die Frage, Makros. Oh, du bist falsch, Oren. Ich bin der Zukunft. Du bist ein Monster. Du hast nichts getan, aber zu kämpfen und zerstören. Das ist die Welt wir leben, Oren. Als du wünschst, brother. Heftig, heftig. The rights of Ascension need be completed. Oder the backlash is going to tear reality apart. I need to do this. This could kill you. You know that. Or I could become a god. Then let's find out. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde sagen, lasst mir ein Abo da, abonniert den Kanal, lasst mal ein Like da, kommentiert mal das Video und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos. Ich würde sagen, bis dahin!